Ich selbst bin Timo Pargel, DevSecOps Consultant, unterrichte unter anderem an der FH Wedel Sicherheit in Web-Anwendungen und mache bei einer Reihe von OWAS-Projekten mit, beispielsweise dem DevSecOps Maturity Model, um das es heute geht, aber auch dem Zeus-Shop, dem Security-Pins-Projekt, dem Defect-Dojo oder dem Software-is-Schöns Maturity Model. Die Zielgruppe dieses Vortrags sind Sicherheitsbegeisterte im Informations-Sicherheitsumfeld als auch mit technischem Hintergrund. Weiterhin sollte sich insbesondere auch das technische Management angesprochen fühlen, denn das entscheidet in der Regel ja über die Sicherheitsstrategie oder bestimmt diese zumindest mit. Auch gut ist dieser Vortrag für Entwickler, für Administratoren oder für andere Manager, insbesondere des höheren Managements. Klassischerweise haben wir in Unternehmen Silos. Das heißt, wir sehen auf der linken Seite den Entwickler und auf der rechten Seite den Administrator. Diese arbeiten jeweils alleine an einem Softwareprodukt, zumindest der Entwickler und der Administrator ist dann für den Betrieb dieser Software zuständig. Dazwischen gibt es dann die Wand der Irritation. Das heißt, der Softwareentwickler erstellt sein Softwareprodukt, schmeißt dies über die Mauer, um das dann an den Administrator zu übergeben, der dann damit alleine gelassen wird und zuständig ist für den Betrieb. Hier einmal das Beispiel des Administrators. Gotham developers not testing the changes he said while su doing to root and production. Es werden jetzt also Änderungen am Produktionssystem vorgenommen, ohne diese vorher zu testen. Und was man jetzt also möchte, ist diese Wand der Irritation abbauen. Man möchte gerne schnell Software verteilen und erstellen. Und das heißt, die Wand muss weg. Und dafür wollen wir eben schnelle Releases. Wenn wir das Ganze jetzt versuchen, stark zu automatisieren, um eben schneller zu werden, dann kommt natürlich auch die Frage der Qualität. Denn Automation bedeutet, dass man nicht mehr so viel per Hand macht, sodass man eben sicher sein muss, dass die Softwarequalität gewährleistet ist. Das heißt, es kommt jetzt hier ein Dritter mit in den Bund, in das Team der Qualitätsbeauftragte, also derjenige, der sich insbesondere um die Testpyramide kümmert. Das heißt, was haben wir jetzt? Wir wollen Speed haben. Wir wollen, dass das alles schnell geht. Wir wollen schnelles Feedback haben. Wir wollen unabhängige Teams haben, die auch Entscheidungen alleine treffen können, die ein ganz unterschiedliches Skillset haben. Also die, wie wir hier sehen, sind es jetzt aktuell drei Skills in dem Team. Und das Ganze begleitet durch Automation, um eben alles noch schneller zu machen. Und nun wollen wir natürlich, der Vortrag geht ja eben auch, Sicherheit, Sicherheit mit in dieses Team hineinbringen. Und es stellt sich also die Frage, wie kriegen wir hin, dass diese nicht funktionale Anforderung Sicherheit mit beachtet wird. Oder meistens zumindest ist es eigentlich nicht funktionale Anforderung. So, wie erhöhen wir also die Sicherheit? Wie kriegen wir die Sicherheit in die Köpfe dieses Teams? Bei der Umsetzung von DevOps-Strategien, damit meine ich, dass man jetzt im Bereich von DevOps mehr automatisiert und diese Automation neue Risiken bringt. Man verwendet Kubernetes-Cluster, auch diese bringen neue Risiken mit sich, sodass man diese beachten muss. Andererseits bietet uns DevOps natürlich auch, dadurch, dass beispielsweise Testautomation stattfindet, die Möglichkeit, hier ein Hook zu setzen aus Sicherheitssicht. Und zu sagen, okay, wenn sowieso schon Tests stattfinden, dann können wir ja auch Sicherheitstests machen. Weil man die Software, die man deployt, dann ja eben auch in Real-Time beobachten möchte. Und das bietet uns auch die Möglichkeit, dort mit reinzugehen und beispielsweise Thresholds festzusetzen für sicherheitsrelevante Aktivitäten. Und wenn wir uns da einen Gedanken darüber gemacht haben, was wir alles Tolles tun können und tun sollten, dann müssen wir überlegen, in welcher Reihenfolge will ich das denn angehen? Die Antwort auf so eine Frage ist dann typischerweise ein Reifegradmodell. Es gibt folgende DevOps-Dimensionen, die ich identifiziert habe, Bild und Deployment, Kultur und Organisation, Informationsbeschaffung, Infrastruktur und Test- und Verifizierung. Kommen wir jetzt mehr in Richtung des DevOps, des DevSecOps-Materity-Models. Ich stelle einmal eine abstrakte Sicht dar von der ISO 27001 zu OVAS-SAM und dann zu OVAS-D-SAM. Als nächstes haben wir ein Risk-Management, wie beispielsweise die ISO 27001. Da werden dann Risiken erfasst. Und OVAS-SAM bietet die Möglichkeit eines Maturity-Models zur A sind eben die meisten Bedrohungen mit erfasst. Das passt super zum Risikomanagement, sodass das Risikomanagement darauf aufbauen kann, dass man eben sagt, man möchte OVAS-SAM vielleicht Reifegrad 1 in unterschiedlichen Dimensionen erreichen. Wenn man das dann festgelegt hat, dann geht es darum, wie kriegt man das tatsächlich umgesetzt. Und hier kommt jetzt das DevSecOps-Materity-Modell ins Spiel, das dann eben nicht 100% auf OVAS-SAM mappt, aber das ein Mapping der Aktivitäten auf OVAS-SAM beinhaltet. Sehr gutes Mapping kann man bei der Implementierung-Practice aus OVAS-SAM zum DevSecOps-Materity-Model-Build und Deployment herstellen. Und das Ziel ist dann letzten Endes, dass man eben nicht nur auf einem hohen Level Indie-SAM beschreibt, wie das bei SAM der Fall ist, welche Aktivitäten man durchführen kann, sondern das sehr feingranular darstellt, wie genau der Ablauf eigentlich ist. So haben wir beispielsweise, wenn wir an Tests denken, dann können wir zunächst einen einfachen Test unserer Anwendung durchführen mit einem Scanner wie OVAS-SAM, stellen dann aber fest, ah, eigentlich müssen wir ja noch unterschiedliche Rollen in unserer Anwendung abbilden, denn als nicht authentifizierter Benutzer sehen wir sowieso eigentlich fast keinerlei Pfade in der Anwendung. Und zusätzlich muss eigentlich auch JavaScript aktiviert sein, denn ohne JavaScript wird in unserer Angular-Anwendung nur eine Index-HTML ausgeliefert und wir sehen eigentlich gar nicht mehr als Header. Das wird dann wiederum detaillierter in DSIM beschrieben. Die Zielgruppen in OVAS-SAM sind wie folgt, wir haben die Sicherheitsingenieure, die dafür zuständig sind, den Ist-Stand zu erfassen, dann haben wir die technischen Begleiter als auch den CTO, mit dem man über das Beider-Web-Diagramm sprechen kann und insbesondere auf Management-Ebene möchte man das Beider-Web-Diagramm vorstellen, um dann die nächsten Schritte zu besprechen. Hier sehen wir einmal das konkrete Mapping, wir haben hier die Dimensionen auf der linken Seite, dann die Subdimensionen, die Aktivität, um die es ganz konkret geht, dann haben wir das Mapping zu OVAS-SAM in Version 2 und auch ein Mapping zu den ISO-Dimensionen. Wenn wir dann DSIM selber mit ins Spiel bringen, dann würde ich die Zielgruppen wie folgt darstellen oder die Aufgaben der Security-Engineer ist dafür zuständig für das Assessment, was ist eigentlich der Ist-Stand und was sind mögliche Ziele. Aktuell haben wir 127 Aktivitäten, die Tendenz ist steigend, die muss man nicht dem ganzen Team vorstellen, sondern man nimmt in der Regel so aus Reifegrad 1 und 2 jeweils Aktivitäten raus, die man planen möchte und durchführen möchte. Auch empfehle ich Aktivitäten mit reinzunehmen, die bereits erledigt sind, die bereits vorhanden sind. Dadurch, dass es ein DevOps-Team ist, hat man beispielsweise in der Regel einen definierten Build- und Deployment-Prozess. Solche Dinge kann man da mit reinnehmen. Manchmal hat man beispielsweise auch Load-Tests, die man auch direkt mit reinnehmen kann, sodass man ein gutes Gefühl da steht, dass man nicht nur Arbeit vor sich hat, sondern dass man auch schon was geschafft hat, wenn man mit diesem anfängt. Und weiterhin haben wir noch die Ingenieure bzw. das technische Management, mit denen man diskutiert, was genau wollen wir eigentlich implementieren. Und wenn es dann an die Punkte konkret rangeht, auch geführt durch den Security-Architekten diskutiert, wie man diese Dinge implementieren kann. Und dann für alle in einer Organisation ist natürlich auch spannend, wo stehen wir eigentlich, was sind die geplanten Aktivitäten und was sind die bereits geschafften Aktivitäten, dass man das mehrmals vorstellt. Mit alle meine ich natürlich nicht die gesamte Organisation, sondern diejenigen, die an der Entwicklung beteiligt sind. Es gibt unterschiedliche Strategien. Es gibt einmal die von oben ansetzende Strategie, dann die Strategie, dass man die Teams an sich entscheiden lässt, wo die Reise hingeht. Und dann die Möglichkeit, interaktiv mit den Teams die Ziele auszuarbeiten. Die stelle ich jetzt einmal im Detail vor. Das heißt, der Approach von oben herab, den habe ich gerade eben im Wesentlichen schon vorgestellt. Also das heißt, wir definieren in SAM die Ziele für die nächsten drei Monate bis zu zwei Jahren und danach darauf aufbauen, definieren wir dann, was wir vom DevSec-Optioning-Modell konkret für Aktivitäten planen wollen. Grundsätzlich Voraussetzung für diese Herangehensweise ist der Management Support, aber den muss man natürlich auch immer bei den anderen Ansätzen vorher einholen. Ohne Management Support bekommt man wahrscheinlich nicht die Mittel, um die Ansätze durchzuführen. In diesem Fall ist es so, dass man jetzt das Management natürlich stark involviert ist, weil es mitentscheiden kann, was sind die nächsten Ziele. Bei dem Ansatz, dass man die Teams eigenverantwortlich entscheiden lässt, ist natürlich zunächst die Management Unterstützung wichtig. Danach geht es dann aber mehr darum, dass man Reifegrade ausarbeitet für unterschiedliche Schutzbedarfe. Und wenn ein Team dann eine Anwendung betreut mit einem hohen Schutzbedarf, dass man dann sagt, ihr müsst diesen bestimmten Reifegrad erreichen, damit ihr diese Anwendung auch eigenverantwortlich betreuen dürft. Denn wenn ihr diesen Reifegrad nicht erreicht habt, dann bedeutet das, dass wir aus der Security-Sicht euch Vorgaben machen, wie beispielsweise, dass ihr es einen Pentest geben müsst vor jedem Rollout. Das ist für ein DevOps-Team aus meiner Sicht der Tod. Denn ein DevOps-Team möchte ja in der Regel schnell deployen. So, dass man hier also sagt, wenn es ein hoher Schutzbedarf ist, dann müsst ihr auch einen gewissen Reifegrad im Team haben. Ihr müsst selber automatisierte Sicherheitstests durchführen, so dass der Pentest möglicherweise nur einmal im Jahr durchgeführt werden muss. Häufig wird das unterstützt durch Bails, dass man sagt, der weiße Gurt, der ist für Anwendungen, die einen niedrigen Schutzbedarf haben, und der schwarze Gurt, den muss man erreicht haben, wenn die Anwendung einen hohen Schutzbedarf hat. Als Alternative, dass man den Teams bestimmte Schutzbedarfe und Reifegrade vorstellt, kann man auch interaktiv mit den Teams zusammenarbeiten. Hier ist natürlich auch wieder vorab der Support for Management sehr wichtig, damit die Kapazitäten vorhanden sind, und dann plant man beispielsweise die Aktivitäten für die nächsten sechs Monate zusammen mit dem Team. Was, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Dabei muss man bedenken, dass das Team in der Regel nicht aus Security-Ingenären besteht, sondern aus Entwicklern und Administratoren, und diese nicht den Fokus auf Sicherheit bei ihrer täglichen Arbeit haben. Das heißt, man muss eine erhöhte Zeit einplanen, um die Aktivitäten zu beschreiben, und hier ist das, was ich vorher gesagt habe, sehr wichtig, dass man die Aktivitäten, die man vorstellt, reduziert vorab. Ich würde nur auf Level 1 und 2 Aktivitäten nehmen, es sei denn, man denkt, dass diese schon umgesetzt sind, und dann bespricht man, was sind die nächsten Aufgaben. Wenn man dann die Ziele geplant hat, dann würde ich empfehlen, dass man das T-SIM customizt, dass man also die nicht benötigten Aktivitäten entfernt, und nur die da lässt, die man plant, bzw. die bereits erledigt sind. Dafür bietet D-SIM im Bereich Data die Möglichkeit, die unterschiedlichen Dimensionen als YAML-File anzuschauen und dort zu modifizieren. Man kann auch das Level dann anpassen, dass es eben für eine Aktivität vielleicht nicht mehr auf Level 2 ist, sondern auf Level 1 oder andersrum. D-SIM verwendet ein Spider-Web-Diagramm mit Hitzekarte, hier auf der rechten Seite zu sehen. Und wenn man dann geplant hat, welche Aktivitäten man umsetzen möchte, dann würde ich empfehlen, diese Anwendung pro Team oder pro für die gesamte Organisation zu deployen und die Selected Data CSV so anzupassen, dass es die geplanten Aktivitäten beinhaltet und danach diese schreibgeschützt abzulegen. So bleibt also der Status immer gleich. Man kann den Status dann nicht mehr verändern. Das Spider-Web, das wir gesehen haben, das sehen wir unter dem Reiter Implementation Levels und wir sehen, dass man hier mit Status grün bereits erledigte Aufgaben sieht und mit Status blau, mit der Farbe blau gekennzeichnet, sind die Aktivitäten, die noch geplant sind, die noch nicht umgesetzt sind und durch einen Klick auf eine blaue Aktivität wird diese dann, also noch zu tun, wird diese dann als erledigt markiert oder andersrum, wenn ich auf eine grüne Aktivität draufklicke, dann wird diese als nicht mehr markiert gekennzeichnet, sofern die Selected Data CSV denn beschreibbar ist. Kommen wir nun zu einer detaillierteren Benutzung von dem DevSecOps Maturity Model. Die Struktur haben wir schon so ein bisschen kennengelernt, nur um sie hier noch einmal grafisch zu visualisieren. Wir haben also die DevOps-Dimensionen, dann in den DevOps-Dimensionen gibt es Unterdimensionen, Subdimensions und in den Subdimensions dann die unterschiedlichen Aktivitäten zugeordnet zu unterschiedlichen Reifegraden, also beispielsweise Reifegrad 1 und das geht dann bis Reifegrad 4. Die genannten DevOps-Dimensionen sind letzten Endes auch die DevSecOps-Dimensionen, die wir hier noch einmal zur Wiederholung sehen, Bild und Deployment, Kultur und Organisation, Informationsbeschaffung, Infrastrukturen, Test und Verifizierung. Bild und Deployment ist also die Dimension, die Unterdimension ist beispielsweise Patch Management und die Aktivität ist dann die Reduzierung von der Angriffsfläche als ein Beispiel. Wie gesagt, es gibt 127 Aktivitäten, eine davon ist die Reduzierung der Angriffsfläche. Wir haben zusätzlich angegeben die Bedrohung beziehungsweise das Risiko und dann darauf aufbauend die Möglichkeit, im DevOps-Sprech reden wir ja nicht von Maßnahmen, sondern dann eher von Möglichkeiten. Aus Informationssicherheitsmanagementsicht würde ich das eher als ein Control bezeichnen. Hier als Beispiel also das Risiko sind Komponenten, Bibliotheken, Dateien oder Dateirechte weil Rechte haben möglicherweise Schwachstellen, aber diese Dateien sind eigentlich gar nicht benötigt und die Möglichkeit, die es uns dann bietet, ist, dass wir diese nicht benötigten Komponenten-Dateien, Bibliotheken eben entfernen. Dateizugiusrechte bezieht sich hier insbesondere auch auf solche speziellen Zugriffsrechte, wie die manchmal an Dateien sind, wie beispielsweise das SetUID-Bit oder das GroupID-Bit, mit dem man ja die eine Datei nicht ausführt mit den eigenen Rechten, sondern die mit dem Besitzer oder der Gruppe von der Datei. Wir sehen hier unten das UROS-CAM-Mapping. Es gibt wie gesagt auch ein ISO-Mapping und hier gehen wir einmal kurz die Reifegrade durch. Das wäre also, wenn man auf Reifegrad 1 alles abgeschlossen hat. Das heißt, man hat dann ein Verständnis der Security-Praktiken auf einfachem Level erreicht. Danach kommen wir dann zu der Erweiterung dieses vereinfachsten Sicherheitsverständnisses. Im Anschluss dann die Anpassung an die Sicherheitspraktiken und im letzten Schritt, weil wir ja im Bereich DevOps sind, natürlich Sicherheit, die skaliert. Das sind natürlich sehr marketingtechnische Begriffe. Am Ende geht es natürlich darum, dass man möglichst ein hohes Sicherheitsniveau hat, muss aber bedenken, dass natürlich nicht jedes Unternehmen Level 4 erreichen möchte. Ich würde versuchen, dass da vermuten, dass das eigentlich kein Unternehmen, außer vielleicht starten wollen. Die weißen Planken, die wir sehen, bedeuten, dass es keine Aktivitäten in den jeweiligen Dimensionen mit dem entsprechenden Reifegrad gibt. Wenn wir uns UROS-CAM als eine Abstraktion vorstellen, dann hat das Praktiken und in den Praktiken jeweils zwei Streams und darin jeweils drei Reifegrade, wo auch immer nur ein bestimmtes Ziel angesprochen wird. Das ist also sehr, sehr management-tauglich, weil das eben so rechteckig aufgebaut ist. Das habe ich bei diesem nicht verfolgt. Ich finde, dass wenn man in Reifegrad 4 bei Build & Deployment keine Aktivität hat, die da reinpasst, dann muss ich mir auch nicht künstlich eine aus den Fingern saugen, sondern es geht hier mehr darum, dass es tatsächlich in der richtigen Reihenfolge dann auch gemacht wird. Warum eine Heatmap? Hier sehen wir das jetzt einmal als Beispiel dargestellt. Wir sehen, dass wir bei der dynamischen Infrastruktur, bei den dynamischen Infrastrukturtests hier grün sind auf Maturity Level 4 oder auch beispielsweise bei der statischen Tiefe von Anwendung, auch auf Reifegrad 4 sehr weit sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum hat man denn nicht bei Level 1 angefangen? Hier bei der statischen Tiefe von Anwendung sehen wir beispielsweise, dass die stilistische Analyse angegeben ist. Man kann darüber streiten, ob eine stilistische Analyse, das heißt also die Einrückung beispielsweise, ob das sicherheitsrelevant ist. Am Ende können wir sagen, wenn man dieser Aktivität einen Sicherheitsnutzen zuordnet, was in dem Fall passiert ist, dann ist dieser sehr gering. Also wenn wir bei einer Authentifizierungskomponente sind und dort eine Bedingung haben und durch eine falsche Einrückung diese falsch verstanden wird und dann falsch funktioniert, dann hat es natürlich eine Auswirkung auf Sicherheit, aber ist natürlich auch ein bisschen weit hergeholt, sodass der Nutzen eben sehr gering ist und deswegen ist es hier auf Level 4. Die unterschiedlichen Grüntöne geben an, wie viele Aktivitäten es in dieser Dimension gibt und wie viele davon dann tatsächlich bereits abgeschlossen sind. Bei der Entwicklung von so einem Maturity-Modell muss man sich natürlich überlegen, wie tief möchte man eigentlich gehen. Wenn wir uns Sam angucken, dann beschreibt es perform best effort hardening of configuration based on readily available information. Das ist natürlich schon so ein bisschen abstrakt. Wenn wir uns dann, also man muss natürlich betonen, dass das nur die Beschreibung eines Streams ist und man natürlich selbstverständlich noch weitere Informationen bekommt, wenn man dort tiefer reingeht, aber es ist immer noch auf einem sehr hohen Level. Wenn wir dann weiter runtergehen, könnte man sagen, Removal of not needed components, dependencies files, of file access rights und zusätzlich Implementierungshinweise geben, wie Distroless oder Fedora CoreOS. Distroless bedeutet, dass man eine Basis-Distribution auswählt, darin die benötigten Pakete installiert und dann nur die Dateien rüberkopiert in das Ziel-Image, die tatsächlich benötigt werden. Oder man könnte auch sagen, okay, wir gehen noch weiter runter, konkret auf die Technologie Usage of Distroless Images and Small Operating Systems. Konkret benutzen tue ich diese Variante, die in der Mitte, eben nicht ganz konkret auf Technologie eingehen oder nur da, wo ich denke, dass diese sehr, sehr lange Bestand hat, damit man das Modell nicht jede Woche neu anpassen muss. Bei 127 Aktivitäten kann man sich vorstellen, dass da durchaus hin und wieder neue Technologien hochkommen, deswegen habe ich mich dafür entschieden, eben Hinweise zu geben, um welche Technologie es sich handelt, damit man besser versteht, was eigentlich konkret gemeint ist. Man aber durchaus die Transferleistung erbringen kann und sagen kann, okay, wenn es heute Distroless ist und morgen Distro, Distro, Distroless, dass Distro, Distro, Distroless eben auch passen könnte. Auch muss man sich fragen, wo fängt eigentlich so ein DevSecOps Maturity Model an und wo hört es eigentlich auf? Also fängt es an, bei normalen betrieblichen Aufgaben wie dem Backup einer Datenbank, muss man das in so einem Modell nochmal explizit darstellen oder nicht, oder auch mehr auf DevOps bezogen, das Backup vor einem Deployment einer Datenbank, wenn es denn möglich ist, dies schnell zu machen. Da kommt natürlich auf die Größe der Anwendung an, ob das möglich ist oder nicht. Wenn das Backup allerheine einen Tag dauert, dann wird das sehr unpraktisch werden. Muss man sich aber natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Oder auch, wenn wir an normale Anwendungssicherheit denken, muss sowas in diesem DevSecOps Maturity Model mit beachtet werden, muss es daraufhin dazu Hinweise geben. Bisher ist es so, dass ich häufig die Rückmeldung bekommen habe, dass dieses Modell auch für Anwendungssicherheit genutzt werden kann, weil ja eben Tests für Anwendungssicherheit da sind. Aus der ursprünglichen Problemstellung heraus habe ich das Modell ursprünglich nicht so entwickelt. Ich stelle aber fest, dass das sehr häufig so verstanden wird und dass ich also zukünftig eine Application Security Dimension benötige und diese hinzufügen würde. Kommen wir zu den Attributen, die jeweils an einer Aktivität dran sind. Kennengelernt haben wir schon das Risiko und die Möglichkeit, die sich uns bietet im Bereich DevOps. Weiterhin gibt es noch den Wert für Sicherheit als auch die Schwere der Implementierung, dann die Abhängigkeiten zu anderen Aktivitäten, Hinweise, wie die Aktivität umgesetzt werden kann und ein Mapping zu Oversam als auch zu ISO. Hier sehen wir das Ganze einmal grafisch dargestellt, es ist vereinfacht. Das heißt, wir haben den Reifegrad, wir haben die Dimension Bild oder die Unterdimension Bild und die Dimension Test- und Verifizierung mit der Unterdimension statische Tiefe. Auf Reifegrad 1 haben wir den definierten Bildprozess. Definierter Bildprozess kann einerseits erreicht werden, dass man Jenkins verwendet und über Infrastructure-is-Code eine Pipeline aufbaut, das wäre dann definiert, oder auch, dass man ein Checkliste hat, wie muss ich eigentlich beim Bildprozess vorgehen. Das ist die Grundlage dafür, dass man weiß, wo liegen eigentlich die Artefakte, die fertig sind, die gescannt werden kann, wo liegt der Source-Code beim Bildprozess, so dass man darauf referenzieren kann. Wenn man dann Tests durchführt, muss man eben wissen, wo liegen die fertigen Jars, wo liegt der Source-Code. Wenn wir nun also auf Server-basierte Komponenten mit bekannten Schwachstellen testen, dann wissen wir, wo die Artefakte liegen, die gescannt werden und können den Scan durchführen. Weiterhin auf Level 2, auch abhängig vom Bildprozess, ist dann die statische Analyse für Server-basierte Komponenten, darauf aufbauend auf Level 3 einmal dann die statische Analyse für klientenbasierte Komponenten, als auch den Test auf bekannte Schwachstellen. Und auf Level 4, dann wiederum abhängig von vorherigen Tests, die statische Analyse für alle Komponenten, die von extern eingebunden werden, als auch die statische Analyse aller eigenen selbstgeschriebenen Komponenten. Wenn man in der Anwendung sich das anguckt, ist das nicht ganz so schick, weil ich das dynamisch mit einer Java-Skript-Bibliothek erzeuge, aber man erkennt doch deutlich die Abhängigkeiten, sodass man beim Hinzufügen von Aktivitäten sich diesen Bauern angucken kann und sehen kann, wie die unterschiedlichen Aktivitäten miteinander zusammenhängen. Wenn man eine Aktivität überspringen möchte, dann empfehle ich vorher zu prüfen, ob es Abhängigkeiten zu anderen Aktivitäten gibt, um diese dann möglicherweise vorher zu implementieren. Weiterhin gibt es noch die Übersicht des Wertes für Sicherheit als auch das Schwere der Implementierung. Das Ganze wird auch automatisch generiert. Wenn man alle Unterdimensionen aktiviert, dann kann man sich letzten Endes in dieser Matrix nicht zurechtfinden. Wenn man jetzt aber nur eine auswählt, wie Bild und Deployment, dann kann man sehr gut im Rahmen dieser Unterdimensionen arbeiten und die unterschiedlichen Aktivitäten miteinander vergleichen. Und wir können auch noch weitere Unterdimensionen hinzufügen, um eben nicht nur zu gucken, passt die Aktivität innerhalb einer Unterdimension, sondern wie ist auch das Verhältnis zu anderen Aktivitäten anderer Unterdimensionen. Wenn man eine Aktivität hinzufügt, dann muss man also berücksichtigen, in welcher Dimension soll diese Aktivität denn abgelegt werden, so dass wir möglichst keine Redundanzen haben. Also Infrastrukturtests und Anwendungstests wäre jetzt ein Beispiel, wo es möglicherweise Redundanzen gibt. Das sollte man möglichst klein halten, diese Redundanzen. Oder auch Multifaktor-Authentifizierung. Einerseits muss man Multifaktor-Authentifizierung berücksichtigen, wenn man Anwendungen selber erstellt oder betreibt. Oder auch, wenn man sich Dienste einkauft. Das heißt, hier will man möglichst wenig Redundanzen haben und möglichst nur eine Aktivität haben, die Multifaktor-Authentifizierung beschreibt. Weiterhin müssen wir, um zu ermitteln, an welchem Reifegrad passt denn diese Aktivität, uns angucken, wie sind die Beziehungen zu anderen Aktivitäten, gibt es mögliche Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, dann wie hoch ist der Wert für Sicherheit und wie schwer oder einfach ist die Implementierung dieser Aktivität. Dies setze ich dann zusammen aus dem benötigten Wissen, wobei ich dabei die Disziplinen meine, wie viele Disziplinen sind beteiligt, um das Ganze zu integrieren. Wenn man beispielsweise beim Test ist, beim automatisierten Testen, dann braucht man meistens zwei Disziplinen, nämlich einerseits die Disziplinen, das zu integrieren, auf technischer Seite und die Disziplinen, das von Sicherheitsseite her auch zu betreuen. Also das heißt, einerseits muss es integriert werden und andererseits müssen wir die Betreuung darstellen, wenn ein Finding da ist, dass die Teams dann auch fragen können, worum geht es eigentlich bei dem Finding, wir schätzen das gar nicht so hoch ein, siehst du das auch so und so weiter. Dann die benötigte Zeit. Die benötigte Zeit meint dabei nicht nur die Zeit zur Integration, sondern auch die Pflege. Wenn wir beispielsweise die Einführung von Security Champions nehmen, dann kann man das zunächst auch mit dem Management besprechen und sich eine Freigabe einholen. Wenn dann auch noch Trainings im Rahmen der Security Champions Treffen angeboten werden und das sehr häufig stattfindet, dann muss man also auch die Vorbereitung der Trainings mit einplanen. Und wenn dann zusätzlich das auch noch sehr häufig stattfindet und viele Personen teilnehmen, sagen wir mal, man macht das einmal im Monat mit 30 Teilnehmern für einen Tag, dann sind ja gleich 30 Personentage alleine für die Teilnahme belegt. Und wir müssen auch überlegen, wie viele Ressourcen kostet uns denn das? Wie viele Maschinen brauche ich, um das Ganze zu betreiben? Hier einmal ein Beispiel wieder von der Reduzierung der Angriffsfläche. Wir haben also hier den Wert für Sicherheit auf Mittel. Das benötigte Wissen auch auf Mittel, weil wir zwei Disziplinen benötigen. Einerseits den Administrator, der weiß, wie man das implementiert. Und andererseits auch den Security Engineer, der nochmal drüber guckt und möglicherweise eine Schulung plant, um das Verständnis für dieses Distroless als ein Beispiel einzuholen. Und die Systeme, die dafür benötigt werden, sind in dem Fall gering. Wir müssen nichts extra betreiben. Möglicherweise kommt es dazu, dass wir zwei Images haben. Ein Distroless-Image ist für die Produktion und ein Test-Image. Das heißt, man muss so ein bisschen den Speicherbedarf mit einplanen. Trotzdem ist das für mich kein großes Kriterium, um hier System-Ressourcen auf Mittel zu stellen. Kommen wir nun also zum Fazit und zum Ausblick. Das Fazit denke ich, man sollte DSIM verwenden, um die geplante Security-Strategie zu untermauern, mit konkreten Aktivitäten oder auch das IMS mit konkreten Aktivitäten zu füllen. Dann kommen wir zur Adoption von DSIM. Das heißt, letzten Endes, DSIM wird einem ungefähr 80% seiner Strategie zu seiner sicheren DevOps-Strategie mitgeben, aber eben nicht 100%. Man muss es immer anpassen, man muss es immer Aktivitäten hinzufügen und entfernen, damit es für die eigene Organisation passt. Vielleicht Aktivitäten auch ein bisschen hin und her schieben. Das ist etwas, das man einer Organisation nicht abnehmen kann. Was sind die nächsten Schritte? Ich hoffe, DSIM hat euch überzeugt und ihr habt Lust, auch DSIM selber zu integrieren und habt vielleicht dann auch Lust, noch mitzumachen. Einerseits möchte ich gerne, dass das Mapping zu Oversam noch besser dargestellt wird, dass man noch besser findet, was gehört eigentlich zu Oversam-Praktik-Implementation, dass man noch besser findet, was gehört eigentlich zu ISO XYZ. Weiterhin, wie gesagt, die Adressierung von Applikationssicherheit, wobei ich mich nicht hinsetzen werde und das selber schreiben werde, sondern das wird dann eh darauf hinauslaufen, dass man Hinweise gibt, wo man das machen kann, dass man beispielsweise auf den Application Security Verification Standard verweist, sagt, okay, prüfe mal Level 1 davon, dann natürlich weitere Aktivitäten, dann bin ich dabei zu versuchen, den Project-Status auf Lab zu erhöhen seit April letzten Jahres und das heißt, wenn hier ein Oberstmitglied dabei ist, das ein Review durchführen können, immer gerne weitergeben, dass es dort mögliche Reviewer gibt und dann natürlich die DevSecOps-Toolchain, das kennt ihr, das ist dieser endlose Kreis, dass man auch dort eine Kategorisierung hat, nach der man dann gucken kann, in welcher Phase kann man eigentlich welche Aktivitäten machen, sodass das besser dargestellt ist. Grundsätzlich sind natürlich Issues immer möglich, wenn ihr aber wirklich wollt, dass etwas umgesetzt ist, ist das Beste, einen Vorschlag im Rahmen eines Pull-Requests zu machen, wo ihr beispielsweise ein Mapping vorschlagt und ich dann nur noch gucken muss, ob ich dem auch soweit zustimme, wie das jetzt beim ISO Fragen, ich gerne her damit, auch im Nachhinein könnt ihr mich erreichen unter timo.pagel.org, das Modell selber findet ihr unter diesem.timo-pagel.de Okay, gibt es Fragen von euch, die ich euch beantworten kann? Hier gibt es jetzt eine Frage im Chat, wie wichtig ist, dass das entwickelte Produktsoftware, also dass alle Bereiche miteinander kommunizieren? Da muss ich nochmal die Frage lesen. Also ist die Frage, ob es wichtig ist, dass der Softwareentwickler zusammen mit dem Betrieb arbeitet oder ist die Frage, ob in der Softwareentwicklung man untereinander, unter den Entwicklern kommunizieren muss. Also Kommunikation im Rahmen der Softwareentwicklung unter den unterschiedlichen Softwareentwicklern ist natürlich zu empfehlen, aus meiner Sicht. Dass die sich auch absprechen, dass man gegenseitig Pull-Requests sich abnimmt, das würde ich in jedem Fall machen. Bei Forschungsprojekten bin ich selber über zwei geteilt, also ein Forschungsprojekt wäre für mich, welche Authentifizierungslösung nehmen wir eigentlich? Da wäre für mich persönlich wichtiger zu dokumentieren, warum es eine geworden ist, eine bestimmte, und nicht das kollaborativ mit einem Team zu machen, denn meine persönliche Erfahrung ist hier, dass das den Prozess stark verlangsamen, weil man immer wieder das ganze Team an Bord holen muss, und das frisst dann schon viel Zeit, und man kommt nicht so gut voran, weil man ein ganzes Team häufig eben nicht so, da muss man erst mal einen Kalender suchen, bis das überhaupt funktioniert. Also Rechercheaufgaben würde ich also eher in einem Sub-Team des Teams machen, mit ein, zwei Leuten, dann gut dokumentieren, und den Teams natürlich hin und wieder, also den anderen Team-Membern, vorstellen, wieso der Stand ist, und warum man diese eine spezielle Technologie auswählt, das glaube ich, ist schon sehr wichtig, wenn man das nicht transparent macht, dann wird man sich da keine Freude machen, und dann fängt es gegebenenfalls an, dass dann doch irgendwie versucht wird, eine andere Technologie unterzuschieben. Hat das deine Frage beantwortet? Jetzt ist hier die Antwort, ja, die, die Frage ist beantwortet, und welche Möglichkeiten ich nehme, jetzt ist die Frage, was genau mit Möglichkeiten gemeint ist, weil ich hier als Vorschlag GIT steht, das würde ja jetzt auf die Frage, das würde ja jetzt darauf abzielen, welches Versionskontrollsystem genutzt wird, ich sehe GIT sehr häufig, wenn das die Frage ist, wobei ich aus Sicherheitssicht jetzt auch nichts gegen andere Versionskontrollsysteme hätte. Tja, ob ich welche andere nennen kann, also GIT ist schon der Standard, ein anderes, also ich habe früher auch mit Subversion gearbeitet, aber tatsächlich hat GIT ja auch mittlerweile viele gute Oberflächen, wo man dann auch noch unterschiedliche Tests forcieren kann, also wenn ich jetzt an Github denke, als ein Beispiel, also ich persönlich würde auch immer GIT auswählen, um dann darüber die Pull-Request zu machen. Genau, GIT kann man natürlich auch bei Infrastructure-Scode verwenden, wenn man jetzt einen Kubernetes-Cluster hat und sagt, man will das, möchte kontrollieren, was genau geht denn in Produktion, dann bietet es sich ja zum Beispiel Argo-CD an, und dann kann man die Code dafür auch in GIT tun und hat so direkt ein 4-Eis-Prinzipal, was denn so deployed wird, und hat das über GIT abgebildet. Wenn man in einem regulierten Bereich arbeitet, dann freut sich das ein Auditor, wenn er das so lesen kann. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr, ich hatte ja meine Kontaktdaten hinterlegt, wer also dann doch noch Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020